Ich kann nicht erklären, dass das Thema wir heute in der Kohle und Gas vertreten. Weil Kohle, Öl und Gas ist was? Genau, so ist das. Und da hilft es auch nicht, nichts zu tun, als wäre das eigentlich da. Und da hilft es auch nicht, dass die Leute am Morgen ankommen, was sie auch gewusst ist.